Bilder, bei denen jemand seinen Job aber ganz mies erledigt hat. Wer auch immer diese Rutsche designt hat, er mag keine Kinder. Was ist denn mit Dora los? Wir brauchen einen Arzt. Sicher, dass das Batman ist? Ich finde, sie schielt ein bisschen, oder? Überrasche sie? Garfahrrad zu fahren macht bestimmt richtig viel Spaß. Und ich dachte noch, Sesamstraße wäre für Kinder. Gut, diese Barbie schielt zwar nicht mehr, aber irgendwas anderes stimmt da nicht. Interessante neue Idee, muss ich sagen. Ich verstehe gar nichts an diesem Bild. Das ist doch nicht echt, oder? Okay, das tut mir wirklich leid. Warte.